Herzlich Willkommen auf der Matildenhöhe Darmstadt. Wir sind hier im Museum Künstlerkolonie, eines der Ausstellungsgebäude auf der Matildenhöhe Darmstadt, mein Lieblingsort in Hessen, wo wir Werke zeigen, die die Mitglieder der Künstlerkolonie Darmstadt entworfen haben und die eine ganz besondere Bedeutung für die Entwicklung von Design in Deutschland haben. Auf der Matildenhöhe Darmstadt hat Peter Behrens sein allererstes Haus gebaut und dieses Haus war für die Besucher der Ausstellung von 1901 zu besichtigen und darin konnten sie dann auch die wunderbaren Schiebetüren sehen, die zum Musikzimmer von Peter Behrens führten. Ein Highlight hier im Museum Künstlerkolonie ist das Speisezimmer von Peter Behrens, was dafür das Kaufhaus Wertheim in Berlin gestaltet hat und im Jahr 1902 war das wirklich eines der modernsten Gesamteinrichtungen, die es gab. Im Eingangsbereich des Museum Künstlerkolonie ist der Grundstein von diesem Gebäude zu sehen und manche verpassen diesen Stein, wenn sie das Museum besuchen, aber dort damit begann, mit diesem Stein begann eigentlich alles auf der Matildenhöhe Darmstadt. Und wann besuchst du meinen Lieblingsort in Hessen?